Herzlich Willkommen zum Schlager der Woche. Diesmal sozusagen in der neuen Rock'n'Roll-Welle etwas ganz Besonderes. John Smith, den Sie ganz, ganz sicher alle kennen von einem Riesenerfolg. Winchester Cathedral hat sich dieser Rock'n'Roll-Welle angeschlossen und präsentiert Ihnen nun CC Rider, Schlager der Woche. Smoke Rider Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, 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 ja . Ja, 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 ja. Noch etwas, Freunde. Wenn man Ihnen nicht sofort die Platte mit dem Schlager, den Sie eben hörten und sahen, anbietet, dann würde ich sagen, protestieren Sie. Rufen Sie laut und deutlich, Fräulein, ich möchte die Platte kaufen. Und wenn Sie sie dann haben, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie.